Annalena Baerbock bei uns. Frau Baerbock, grünen Chefin und große Wahlsiegerin, fühlen sich gut getroffen. Gefällt Ihnen das? Ja, Köpfe auf Körper kommt, glaube ich, nie so gut. Aber danke, dass Sie schön waren. ... seit fünf Jahren das Ziel, alles dafür zu tun, die Erdaufwärmung auch deutlich unter fünf zu stabilisieren. Und dafür braucht es dringend, dringend Maßnahmen. Wir brauchen endlich Planungssicherheit für unsere Beschäftigten. Wir wollen ja keine neue soziale Spaltung. Wir können auch weltweit weiter in Kontakt sein, wenn der Flugverkehr nicht weiter nach oben steigt. Da Herr Palmer sich selber nicht davon distanziert hat, mitten am Ende einer Pandemie...